Ja, hallo, ich bin's wieder, eure Monika und heute mit Nathalie und Peppa. Und es ist mir ein großes Bedürfnis, dich ein Stückchen in die Magie zu entführen. Und tauche mit uns ein in den Mythos Avalon und begib dich mit uns auf eine Reise der Verbundenheit an unsere Mutter. Eri, aber auch Batschamana genannt. Und mit Singen, Trommeln, Musizieren und vieles mehr möchte ich gerne deine Göttin und deinen Gott in dir erwecken. Und bist du neugierig? Dann besuche einfach meine Workshops oder meine Website. Ich freue mich auf dich. Hörst du den Klang und spürst du die Magie? Fühlst du den Herzschlag von Mutter Erde? Sie webt die Welt bis ans Ende der Zeit. Morgen, Glanz und Taube, das Tageslicht in Blättern versteckt. Sie lebt die Welt bis ans Ende der Zeit. Sie lebt die Welt bis ans Ende der Zeit. Sie lebt die Welt bis ans Ende der Zeit. Und überall ist Licht und Liebe. Sie lebt die Welt bis ans Ende der Zeit. Und hör die Welt bis ans Ende der Zeit. Mit jedem Wort schenkt sie dir Kraft. Öffne dich. Mutter Erde bis ans Ende der Zeit. Mutter Erde. Vom Leben und Vergehen dreht sich das Rad der Wiederkehr. Und jeder Tag ist etwas Besonderes. Die Wunder bis ans Ende der Zeit. Die Wunder, die täglich geschehen, siehst du sie, sie sind erfüllt von Harmonie, Verbundenheit und Liebe. Mit jedem Wort schenkt sie, siehst du 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 sie. Und lange schenkt sie, siehst du sie, siehst du sie, siehst du sie, siehst du sie. Und nu schenkt sie, siehst du sie. Und du dije geste, siehst du sie. Bis dann, fünf Uhr.